Die rechte Hand spielt die Melodie Schritt für Schritt hinauf, hinauf und ich spring auf und auf. Und die linke Hand spielt jetzt den C-Apport und den G-S. Schritt für Schritt. Jetzt. Und wieder C-Apport. Noch einmal, C beginnt, 1, 2, und beim G-S spielen wir den G-Sieben und wieder den C-Apport. Jetzt haben wir den Akkord nur einmal alle vier Schläge gespielt, wir können ihn auch doppelt so oft spielen. 1, jetzt, G-Sieben, G-Sieben und wieder C-Apport. Gut gemacht. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.